Unter einer Hernie versteht man einen Bruch im Bereich der Bauchwand und dieser kann an verschiedenen Stellen auftreten. Das weitaus häufigste sind sogenannte Leistenbrüche, die im Leistenkanal bei Männern und Frauen auftreten. Gleich dahinter kommen die Nabelbrüche, das sind kleine Ausbeulungen im Bereich des Nabels. Und dann haben wir noch ein sehr großes Gebiet der sogenannten Narbenbrüche, die dann auftreten, wenn Operationen stattgefunden haben und die Operationsnarbe praktisch wieder aufbricht und den Bauch instabil macht. Ja, Hernien müssen nicht grundsätzlich behandelt oder operiert werden. Das hängt davon ab, ob Beschwerden auftreten. In diesem Falle ergibt sich eine Operationsindikation. Ein weiterer Grund sind zum Beispiel die drohende Einklemmung von Baucheingeweiden, von Darmanteilen, was lebensgefährlich sein kann. Oder eben das Wachsen zum Beispiel von Narbenbrüchen, die größer werden. Ja, die Behandlung eines Bruches ist auf jeden Fall operativ, denn von selbst kann die Bauchwand nicht zusammenheilen. Wir führen diese Operationen bei Leisten, Narben, Nabelbrüchen heute auch überwiegend laparoskopisch, also minimalinvasiv durch. Hierbei wird in aller Regel ein Kunststoffnetz eingesetzt zur Verstärkung der Bauchwand, was als Gerüst dient dem Körper, um durch eigene Zellen praktisch die Bauchwand wieder zu verstärken. Diese Kunststoffnetze bauen sich überwiegend zu großen Anteilen ca. 70-80% wieder ab im Verlaufe der Zeit.